Herzlich willkommen zur Vorlesungsreihe Staatsorganisationsrecht. In diesem und im nächsten Video beschäftigen wir uns mit dem Gesetzgebungsverfahren des Bundes nach den Artikeln 76 folgende des Grundgesetzes. In diesem Video behandeln wir das Verfahren von der Gesetzesinitiative bis zum Beschluss im Bundestag. Bevor wir uns damit im Detail beschäftigen, schauen wir uns erst einmal an, wo Sie das Gesetzgebungsverfahren in der Klausur thematisieren. Das Gesetzgebungsverfahren wird im Rahmen der formellen Rechtmäßigkeit eines Gesetzes geprüft und kann sowohl in staatsorganisationsrechtlichen als auch grundrechtlichen Klausuren eine wichtige Rolle spielen. Denken Sie nur an die Einschränkung von Grundrechten. Nur ein formell verfassungskonformes Gesetz kann einen Eingriff in Grundrechte rechtfertigen. In der Klausur prüfen Sie die formelle Rechtmäßigkeit in zwei Schritten, Zuständigkeit und Verfahren. Die Prüfung der Form entfällt, um anschließend regelmäßig auf die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes einzugehen. Das Gesetzgebungsverfahren ist offensichtlich Gegenstand des zweiten Schritts. Es hängt aber davon ab, ob der Bund überhaupt zuständig ist. Was bedeutet es nun für das Gesetzgebungsverfahren, wenn der Bund von vornherein für die Materie nicht zuständig ist oder wenn er zwar zuständig ist, aber bestimmte weitere Voraussetzungen nicht vorliegen, wie beispielsweise die bundesstaatliche Erforderlichkeit aus Artikel 72 Absatz 2? In diesem Fall beenden Sie die Klausur nicht, sondern begeben sich trotzdem auf die zweite Stufe und untersuchen die Einhaltung des Gesetzgebungsverfahrens darauf hin, ob hier noch weitere Fehler liegen. Unser Fokus liegt heute auf dem Gesetzgebungsverfahren. Das Verfahren im Bund hat ein hohes Maß an Komplexität. Sie sollten also den Normtext und seine Zusammenhänge gut kennen. Aber nicht alles, was Sie wissen müssen, ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut. Von Ihnen wird weitergehendes Detailwissen erwartet, das in der Klausur auch abrufbar sein sollte. Vorab sei angemerkt, dass das nähere Verfahren, soweit es den Bundestag betrifft, in der Geschäftsordnung des Bundestags geregelt ist. Ein häufiger Klausurfehler ist, dass Bearbeiter jede Missachtung der Geschäftsordnung mit einem Verfassungsverstoß gleichsetzen. Dies ist indes nur dann der Fall, wenn und soweit sich die Regelungen der Geschäftsordnung als Konkretisierung verfassungsrechtlicher Vorgaben darstellen. Das Gesetzgebungsverfahren ist, grob gesprochen und ohne Anspruch auf verfassungsdogmatische Exaktheit, in fünf Schritte unterteilt. 1. Gesetzesinitiative. 2. Gesetzesbeschluss des Bundestags. 3. Mitwirkung des Bundesrats, die für das Zustandekommen des Gesetzes notwendig ist. 4. Ausfertigung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten. Und 5. Verkündung im Bundesgesetzblatt. Beginnen wir mit der Gesetzesinitiative. Diese ist in Artikel 76 Absatz 1 Grundgesetz geregelt. Bitte lesen Sie diesen Artikel erst einmal. Wie Sie sehen, wird das Verfahren durch das Einbringen einer Gesetzesvorlage beim Bundestag eingeleitet. Man spricht, auch wenn das Grundgesetz diesen Begriff nicht verwendet, von einer Gesetzesinitiative. Die Vorlagen können von der Bundesregierung aus der Mitte des Bundestags und vom Bundesrat eingebracht werden. Schauen wir uns zuerst die zweite Variante aus der Mitte des Bundestags an. Der Begriff Mitte des Bundestags ist auslegungsbedürftig, zumal er im Grundgesetz nicht definiert wird. Eine Konkretisierung der Mitte erfolgt durch Paragraf 76 Absatz 1 Geschäftsordnung, wonach Vorlagen von einer Fraktion oder sonst von 5 Prozent der Mitglieder des Bundestags unterzeichnet sein müssen. Im Schrifttum ist umstritten, ob dieses Quorum verfassungskonform ist. Die wohl herrschende Meinung sieht die Regelung als verfassungskonform an und argumentiert mit der Funktionsfähigkeit des Bundestags und der vom Grundgesetz gewährten Geschäftsordnungsautonomie aus Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, die auch die Konkretisierung des Begriffs Mitte des Bundestags umfasse. Die Gegenauffassung stützt sich auf den Wortlaut des Artikel 76 Absatz 1 und meint, dass auch die Initiative eines einzelnen Abgeordneten aus der Mitte des Bundestags stammt. Was bedeutet dies für Ihre Klausur? Sofern nicht die Aufgabenstellung erkennbar darauf abzielt, brauchen Sie die Verfassungsmäßigkeit des Paragraf 76 Absatz 1 Geschäftsordnung nicht zu problematisieren. Ist aber gegen die Vorschrift verstoßen worden, dann müssen Sie durchaus erörtern, ob der Verstoß auch in eine Verfassungsverletzung mündet, in diesem Fall eine solche des Artikel 76 Absatz 1. Die ist natürlich ausgeschlossen, wenn die Geschäftsordnungsnorm schon als solche verfassungswidrig ist. Wenn Paragraf 76 Absatz 1 Geschäftsordnung nur eine vom Grundgesetz zugelassene, aber nicht geforderte Ausgestaltungsvariante ist, dann jedenfalls mündet seine Verletzung nicht in einen Verfassungsverstoß. Wenn es sich um eine verfassungsrechtlich zulässige Ausgestaltung handelt, kann aber auch umgekehrt die Beachtung der Vorschrift nicht als Verfassungsverstoß gewertet werden. Ein einzelner Abgeordneter könnte also nicht mit Erfolg rügen, dass ihm das Recht zur Gesetzesinitiative verwehrt ist. Anders als bei den Vorlagen aus der Mitte des Bundestags muss bei den Vorlagen der Bundesregierung und denen des Bundesrats eine verfahrensrechtliche Besonderheit beachtet werden. Artikel 76 Absätze 2 und 3 bestimmen, dass die Vorlagen der Bundesregierung dem Bundesrat und die Vorlagen des Bundesrats der Bundesregierung zur Stellungnahme vorgelegt werden müssen. Klausurrelevant ist diese Besonderheit fast nur bei Vorlagen der Bundesregierung. Denn zwischen Bundestag und Bundesregierung gibt es vielfältige Verflechtungen. Dies führt mitunter zu sogenannten unechten Bundestagsinitiativen, bei denen zwar die Vorlage formal aus der Mitte des Bundestags kommt, inhaltlich aber von der Bundesregierung entwickelt worden ist. Ob der Bundesrat hier beteiligt werden muss oder hätte beteiligt werden müssen, hängt davon ab, ob man die Vorlage als eine solche des Bundestags oder eine solche der Bundesregierung betrachten muss. Zur Beantwortung der Frage ist es unerlässlich, sich auch mit dem Telos des Artikel 76 Absatz 2 zu befassen. Das Stellungnahmeverfahren verfolgt gleich mehrere Zwecke. Die frühzeitige Beteiligung des Bundesrats soll erstens dem föderalen Interessenausgleich dienen, zweitens den exekutiven Sachverstand der Länder in das Verfahren einbringen, da die Gesetze gemäß Artikel 83 Grundgesetz im Regelfall von den Ländern ausgeführt werden und drittens soll bereits frühzeitig die Haltung des Bundesrats ermittelt werden, um so Konflikte im weiteren Verfahren zu vermeiden. Ausgehend von diesen Überlegungen haben sich zwei Positionen gebildet. Ein Teil der Lehre stellt auf die geistige Urheberschaft ab. Die Vorlage sei in diesen Fällen als eine Vorlage der Bundesregierung zu werden. Der Bundesrat muss dann eine Gelegenheit zur Stellungnahme haben. Innerhalb dieser Ansicht ist aber umstritten, welche Folgen dieser Verstoß hat. Manche deuten Artikel 76 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz als bloße Ordnungsvorschrift, deren Missachtung keine Verfassungswidrigkeit bewirkt. Dem kann man entgegenhalten, dass im Grundgesetz enthaltene Vorschriften normative Wirkung haben müssen. Unter dieser Voraussetzung könnte die spätere Beteiligung des Bundesrats eine Heilung des Verfahrensfehlers herbeiführen. Dies hätte allerdings zur Folge, dass das erlassene Gesetz wegen der Umgehung des Bundesrats niemals verfassungsrechtlich beanstandet werden könnte. Artikel 76 Absatz 2 Satz 1 wäre dann wirkungslos. Die herrschende Meinung neigt einer formalen Betrachtungsweise zu. Die Vorlage ist dann stets dem Bundestag zuzurechnen und es ist nicht erforderlich, dem Bundesrat die Möglichkeit einer Stellungnahme einzuräumen. Diese Ansicht nimmt in Kauf, dass der Bundesrat auch immer planmäßig umgangen wird. Für sie spricht jedoch Rechtssicherheit. Denn geistige Urheberschaft kann oft nicht eindeutig oder nur mit erheblichem Aufwand festgestellt werden. Es kann auch nicht unterstellt werden, dass das Vorgehen einzig zum Ziel hat, den Bundesrat zu umgehen. Vielmehr fehlt es der Mitte des Bundestags, vielfach an der Expertise für Gesetzesformulierungen. Sie müssen also auf das Know-how der Ministerien für die Vorbereitung einer Gesetzesvorlage zurückgreifen. Anders gewendet, Gesetzesvorlagen aus der Mitte des Bundestags sind häufig ohne die Bundesregierung technisch kaum möglich. Kommen wir nun zum zweiten und wichtigsten Schritt, dem Gesetzesbeschluss des Bundestags. Gemäß Artikel 77 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz werden Gesetze vom Bundestag beschlossen. Das heißt, nimmt der Bundestag eine Vorlage mit erforderlicher Mehrheit an, wird sie zum beschlossenen Gesetz. Die Vorlage kann auf diesem Weg aber auch noch geändert werden. Die Vorarbeiten dafür leisten die Ausschüsse des Bundestags. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass die Gesetzesberatungen in mehreren sogenannten Lesungen stattfinden. Diese Vorgaben sind jedoch verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht bedeutsam. In der Regel müssen Sie, zumindest kurz, zur Fragestellung nehmen, ob die für den Gesetzesbeschluss erforderliche Mehrheit erreicht ist. Grundlage ist Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Was bedeutet Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Sinne dieser Norm? Die Vorschrift lässt dies nicht ganz klar erkennen. Durchgesetzt hat sich jedoch die Ansicht, dass eine Mehrheit vorliegt, wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt. Enthaltungen und ungültige Stimmen werden also nicht gewertet. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Abgeordneten wofür votiert haben. Von diesem Grundsatz könnte es jedoch eine Ausnahme geben. Die folgenden Fälle sollen dies verdeutlichen. Der Bundestag hat 800 Mitglieder und das Abstimmungsergebnis setzt sich aus 300 Ja-Stimmen, 150 Nein-Stimmen und 155 Enthaltungen zusammen. Ist die für den Gesetzesbeschluss erforderliche Mehrheit nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 erreicht? Die Zahl der Ja überwiegt die der Nein-Stimmen. Das allein ist entscheidend. Die Enthaltungen werden nicht mitgezählt. Die erforderliche Mehrheit nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 1, die auch einfache Mehrheit genannt wird, ist damit erreicht. Der Bundestag hat 800 Mitglieder. Das Abstimmungsergebnis setzt sich aus 100 Ja-Stimmen, 80 Nein-Stimmen und 50 Enthaltungen zusammen. Die übrigen 570 Abgeordneten sind nicht anwesend. Ist die für den Gesetzesbeschluss erforderliche Mehrheit nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz erreicht? Auch in diesem Fall überwiegen die Ja-Stimmen die Nein-Stimmen. Und die für die Beschlussfassung nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz ausreichende einfache Mehrheit ist damit gegeben. Die hohe Abwesenheitsquote von 570 Abgeordneten ist unschädlich. Denn wie Sie schon dem Wortlaut des Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz entnehmen können, kommt es allein auf die abgegebenen Stimmen an. Eine bestimmte Mindestanzahl von Abstimmenden ist nicht erforderlich. Dass es auf die Zahl der Abgeordneten nicht ankommt, ist für Artikel 42 Absatz 2 Grundgesetz richtig. Aus Sicht der Geschäftsordnung aber ist es nicht der Fall und es kann Situationen geben, in denen sich dies auch verfassungsrechtlich auswirkt. Zumindest wird dies von manchen vertreten. Artikel 42 Absatz 2 Grundgesetz verwirklicht das Mehrheitsprinzip als ein zentrales Element des Demokratieprinzips. Das Mehrheitsprinzip könnte jedoch auch verlangen, dass eine Abstimmung nicht nur von einer Minderheit im Bundestag vorgenommen wird. § 45 Absatz 1 Geschäftsordnung des Bundestags untersagt dies auch im Prinzip, indem er den Bundestag nur dann für beschlussfähig erklärt, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Konsequenzen hat dies jedoch nur dann, wenn die mangelnde Beschlussfähigkeit auch gerügt wird. Das Recht zur Rüge steht einer Fraktion oder 5 Prozent der Abgeordneten zu. Es handelt sich jedoch auch hier nur um eine Norm der Geschäftsordnung. Artikel 42 Absatz 2 fordert die Anwesenheit der Mehrheit wie gesagt nicht. Es gibt auch keinen Grund zur Annahme, dass Minderheitenrechte verletzt seien, wenn sich Abgeordnete nicht im Parlament aufhalten, was der Gegenstand ihrer freien Entscheidung ist. Ich will Ihnen das Problem an einem Fall darlegen. Der Bundestag hat 800 Mitglieder. Das Abstimmungsergebnis setzt sich aus 20 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen zusammen. Die restlichen 765 Abgeordneten sind nicht anwesend. Die Beschlussunfähigkeit des Bundestags wird nicht gerügt. Ist das Gesetz wirksam beschlossen worden? Die mangelnde Beschlussfähigkeit wurde hier nicht gerügt und die Ja-Stimmen überwiegen. Trotzdem könnte der Beschluss das demokratische Mehrheitsprinzip verletzen. Denn es gibt keinen, der die Beschlussunfähigkeit hätte rügen können, weil es an einem Quorum aus § 45 Absatz 2 Geschäftsordnung des Bundestags fehlte. In solchen Fällen kann aus dem Demokratieprinzip abgeleitet werden, dass der Bundestag auch aus verfassungsrechtlicher Sicht absolut beschlussunfähig ist. Es handelt sich zugegebenermaßen um eine rein akademische Konstellation. Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils zum Gesetzgebungsverfahren des Bundes. Wir sehen uns wieder im zweiten Teil. Auf Wiedersehen!